Hey Leute, wir haben mit extremer Dürre zu kämpfen. Heute geht es mal wieder die Weinreben, weil es ist eine Woche Dürrezeit angesagt. Wir haben uns jetzt noch ein Fass dazu gekauft und wir müssen die ganze Zeit gießen. Da haben wir eine Weinrebe, die hat ein bisschen geschwächelt, aufgrund der hohen Temperaturen und bei uns hat es bestimmt schon jetzt eineinhalb Wochen nicht mehr geregnet, zwei Wochen. Und nächste Woche sagt dann noch mal heißer und noch trockener. Aber die Weinreben schauen schon richtig gut aus. Hier haben wir Solaris. Heute machen wir ein kurzes Tutorial von meinem neuen Gerät. Das ist eine Anbindezange. Gibt es auf Amazon ganz günstig zu kaufen. Mache hier einen Link. Ich zeige jetzt, was das alles kommt. Hier haben wir eine Plastikbandrolle drin. Die ist dafür da, um das Band um die Rebe zu wickeln und gleichzeitig zu befestigen. Da sind Heftklammern drin, die das Klebeband, das ist kein Klebeband, das Plastikband zusammenhalten. Und dann gibt es zwei Druckpunkte. Der erste Druckpunkt holt das Band aus der Verankerung. Und dann, ich zeige es Ihnen an meinen Fingern. Das ist hier die Rebe und das wäre der... Hier ist die Rebe und das ist der Stab. Hier nochmal. Machen wir es so. Hier ist die Rebe und das ist der Stab. Und dann kommt die Zange. Und die nimmt die Rebe und den Stab. Und außen dann ist es dann so zusammen. Richtig gut. Und jetzt sagen wir es nochmal schnell. Live an der Weinrebe. Das sollen wir jetzt aber leider nicht mehr bewegen, weil ich bin hier gehandicapt. Und ich träge das nicht mehr auseinander. Wir haben übrigens gerade gegossen. Heute war der heißeste Tag des Jahres. 34 Grad. Genau. Also nochmal hier. Erster Druckpunkt. Holt man das Band raus. Dann nehme ich die Rebe und den Anbindestab. Und auf der anderen Seite gehe ich wieder raus. Zack. Peng. Und jetzt hat die Rebe richtig schön Platz. Jetzt kann die da hoch wachsen. Hier haben wir übrigens noch das Schaffett. Die Schafwolle, die wir im April ausgetragen haben. Die ist immer noch da und ist immer noch als Schutz gegen die Rehe da. Die aber schon lange nicht mehr gesehen worden sind. Und übrigens sehr lecker. Die Rehe. Das war es schon wieder für heute. Wir haben uns wieder richtig früh gegossen. Es hat ja schon seit eineinhalb Wochen nicht mehr geregnet und die Reben haben darunter sehr gelitten. Man sieht, dass die schon richtig vertrocknete Blätter haben oder die Blätter schwelch werden. Schwelch, wie wir in Bayern sagen. Und deswegen können wir heute schauen, dass wir die jetzt noch mal unterstützen. Weil bis zum nächsten Regen kann es vielleicht ein paar Tage dauern. Wenn euch das Video gefällt und die anbindet, sage ich auch. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon hält. Ob ihr die auch daheim habt. Ob es da noch ein paar tolle Kniffe im Fix dazu gibt. Würden mich interessieren. Und bleibt neugierig. Liked mal den Kanal, abonniert mich und bis zum nächsten Mal.